Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen heute gemeinsam in die Zukunft und schauen uns ein paar für mich spannende Neuerscheinungen im November an. Ja, es ist wirklich unglaublich, dass wir jetzt im Grunde schon Neuerscheinungen im November angucken. Das bedeutet ja, dass es nur noch ein Neuerscheinungsvideo danach geben wird, in diesem Jahr, eben für den Dezember. Und das ist schon, ja, also man merkt, es geht jetzt doch ein bisschen schneller, ja, wahrscheinlich auch Weihnachten zu und Jahresende, als wir es wahrscheinlich irgendwie erwarten und damit rechnen können. Aber ja, ich habe einige tolle, spannende Neuerscheinungen für mich entdeckt, habe auch noch so ein bisschen aussortiert, bevor ich das Video gedreht habe, weil ich dachte, Mensch, irgendwie, so viele Neuerscheinungen, du solltest doch einfach mal das lesen, was so in deinen Regalen schon drin ist. Aber ich glaube, das Problem kennen ja so einige und deswegen starten wir jetzt einfach mit dem ersten Buch, das am 5. November erscheinen wird und zwar ist das der vierte Teil zu Red Rising Asche zu Asche von Pierce Brown. Ich habe ja im letzten Jahr die Red Rising Reihe sehr, sehr, sehr gefeiert. Das ist ja eine absolut geile Science Fiction, Fantasy, Dystopie, die auf dem Mars spielt und ich fand das einfach grandios. Ich mochte den Stil von Pierce Brown, diese Schnelligkeit, dieses Filmische im Buch, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und auch die ganze Story war packend, spannend, brutal und hat sich einfach so, also einfach wahnsinnig geil angefühlt. Und es gibt jetzt, ja, einen vierten Teil, der komischerweise nicht mehr beim Heile Verlag erscheint und auch von der Farbe sehr anders aussieht. Die anderen Red Rising Bücher sind ja schwarz. Der vierte Teil ist aber sowohl im Original wie jetzt in der Übersetzung in weiß. Und ich denke einfach, dass es damit zusammenhängt, so wie ich es verstehe, dass es eben eine neue Reihe ist und die spielt zehn Jahre nach Red Rising. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel erzählen, weil wir Red Rising noch nicht kennen, wird jetzt hier natürlich gegebenenfalls gespoilert. Und wir treffen eben auf Charaktere, die wir schon aus den ersten Trilogien kennen. Und so wie ich das hier verstehe, es heißt hier auch so schön, Red Rising war die Geschichte vom Ende eines Universums. Asche zu Asche ist die Geschichte von der Erschaffung eines Neuen. Der Beginn einer aufregenden neuen Sage von New York Times Bestseller-Autor Pierce Brown. Für mich klingt das eben so, wie wenn das eine neue Reihe, eine neue Trilogie wird und die ist deswegen dann eben wahrscheinlich auch einfach weiß, dass sie sich von den schwarzen Büchern irgendwie abhebt. Also dass es eben nicht, ich sage jetzt, Red Rising 4 ist, sondern Red Rising nach zehn Jahren Teil 1. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Phil hat ja schon das englische Buch zu Hause, ist aber glaube ich noch nicht durch. Und ich bin sehr neugierig und freue mich da sehr auf diese Story, weil mich eben auch die drei anderen Red Rising Bücher so gepackt haben. Und ja, ich einfach hier auf verschiedene Charaktere, die jetzt hier im Klappentext schon genannt werden, mega, mega freue ich das aber nicht erzählen möchte, weil wenn ihr natürlich noch nicht den dritten Teil von Red Rising kennt, würde ich euch ja spoilern, wer dann am Ende vielleicht übrig ist oder nicht oder wer jetzt hier fehlt in der Aufzählung. Und ja, aber für alle Fans von Red Rising, hier kommt endlich neuer Stoff. Es gibt auch ein neues Buch von Stephen King, beziehungsweise eher eine Novelle und zwar Erhebung, die erscheint am 12. November und setzt wohl bei Grandys Wunschkasten irgendwie in diesem Universum an, so wie ich das verstanden habe. Und den Klappentext fand ich auch wieder mega, mega spannend. Scott nimmt rasend schnell ab. Sein korpulentes Aussehen ändert sich trotzdem nicht. Und noch unheimlicher, wenn er auf die Waage steigt, zeigt sie jeweils das gleiche Gewicht an. Egal wie viel er momentan trägt, ob Kleidung oder gar Handeln. Scott hat Angst, dass man ihn zum medizinischen Versuchskaninchen macht. Aber er muss es jemandem erzählen. Zu Dr. Alice hat er Vertrauen, aber auch der weiß keinen Rat. In seiner netten Wohngegend in der Kleinstadt Castle Rock, kennen wir alle, gerät Scott in einen eskalierenden Kleinkrieg. Der Hund der neuen Nachbarn, zwei Lesben, verrichtet sein Geschäft ständig bei ihm im Vorgarten. Die eine Frau ist eigentlich recht freundlich, die andere aber eiskalt. Die beiden haben gerade ein Restaurant eröffnet, von dem sie sich viel erhoffen. Die Einwohner von Castle Rock wollen aber nichts mit Homoparen zu tun haben. Da ist großer Ärger vorprogrammiert. Als Scott endlich kapiert, was Vorurteile in einer Gemeinschaft anrichten, überwindet er den eigenen Gräuel und tut sich mit den beiden zusammen. Merkwürdige Allianzen, der jährliche Stadtlauf und Scotts mysteriöses Leiden, fördern bei sich und anderen eine Menschlichkeit zu Tage, die zuvor unter einer herzlosen Bequemlichkeit vergraben war. Ja, das klingt natürlich nach etwas sehr Gruseligen, nach etwas sehr Mysteriösen und trotzdem hat man wieder diese Komponente dieser menschlichen Psychologie, die wir ja bei Stephen King durchaus immer mal wieder zu finden haben. War das jetzt Deutsch? Aber ich hoffe, man hat verstanden, was ich meine. Ich habe ja The Outsider nicht gelesen, habe das jetzt auch in nächster Zeit erstmal nicht vor. Und umso mehr freue ich mich dann doch auf diese Novelle, dass ich in diesem Jahr zumindest etwas Neues vom großen Meister lesen werde und bin da mega, mega gespannt. Wobei was Neues, ich habe ja dieses Jahr schon einige neue King für mich zumindest gelesen, aber eben etwas ganz Neues. Und ja, freue mich da auf jeden Fall auf den 12. November. Dann gibt es den dritten Teil einer Trilogie und zwar kommt heraus, Giants, die letzte Schlacht von Sylvain Neuwell. Und auch hier macht es natürlich keinen Sinn, groß irgendwie was zur Story zu erzählen oder jetzt den klappten Text des dritten Teils vorzulesen, weil man muss natürlich den ersten und zweiten Teil kennen. Und bei Giants ging es ja im ersten Teil darum, dass Forscher im Grunde eine große überdimensionale Hand gefunden haben und jetzt im Grunde bei diesen Ausgrabungen und der Wissenschaft dahinter einfach überlegen, was passiert hier. Und das ist natürlich Sci-Fi in seiner besten Form, wie ich finde, denn es ist nicht nur eine geile Story, eine innovative Idee, sondern es ist eben auch ein grandioser Schreibstil, der sich eben nur mit Berichten, also mit Interviews, mit Berichten, Logbüchern irgendwie auseinandersetzt. Und man weiß zum Teil lange nicht, wer da wem gerade wie interviewt und wozu und was ist da das große Ganze. Und das löste sich so ein bisschen in Richtung zweiter Teil schon auf, der auch mega, mega spannend war. Und ich bin mega gespannt, wie der dritte jetzt ausgehen wird. Wir haben ja relativ lange auf den dritten gewartet, ist so mein Gefühl. Ich glaube, dass Teil 1 und 2 schneller veröffentlicht waren hintereinander, weil ich glaube, da auch schon die englischen Teile da waren. Auf den dritten, die letzte Schlacht, warten wir jetzt schon ein bisschen länger. Ich bin dennoch mega, mega gespannt und freue mich, das Buch auf jeden Fall im November oder Dezember lesen zu können. Und kann auch jeden anderen nur empfehlen, mit dieser Reihe anzufangen, wenn man Science-Fiction eben mag. Am 12. November erscheint ebenfalls ein neues Buch von Jeffrey Archer und ich hebe jetzt schon mal meinen Audible-Gutschein dafür auf, Traum des Lebens. Und mir hat ja die Clifton-Sage unfassbar gut dieses Jahr gefallen. Bei Cain und Abel war ich ja so ein bisschen zwiegespalten. Die ersten zwei Teile waren noch ganz okay. Den dritten Teil fand ich ja also einfach eine absolute Frechheit, dass man da ein anderes Buch des Autors nimmt und ihn in diese Trilogie setzt, weil sie es halt gerade so gut verkauft. Ich habe von Jeffrey Archer noch Berg der Legenden auf dem Sub. Und das ist aber, glaube ich, tatsächlich eher was für Winter, Januar, Februar. Traum des Lebens klingt mega. Und wie gesagt, das möchte ich auch auf jeden Fall als Hörbuch hören. Denn wir sind hier 1968. Am Hafen von Leningrad müssen der Junge Alexander und seine Mutter auf der Flucht vor dem KGB entscheiden, auf welches Schiff sie sich als blinde Passagiere schleichen. Eines fährt nach Großbritannien, eines in die USA. Der Wurf einer Münze soll das Schicksal von Alexander und Elena besiegeln. Über eine Zeitspanne von 30 Jahren und auf zwei Kontinenten entfaltet sich in Jeffrey Archers neuem Roman eine Geschichte von einmaliger Spannung und Dramatik. Eine Geschichte, die man nicht wieder vergisst. Und hier bin ich sehr, sehr gespannt, für was die sich entscheiden, scheinen sich ja wahrscheinlich zu trennen, dass wir eine Geschichte auf zwei Kontinenten sozusagen erfahren. Und ich bin sehr gespannt auf dieses End 60er, 70er, 80er Jahre, auf diesen beiden Kontinenten, was da passiert, was diesen Charakteren passiert, auch was ihre Vergangenheit vielleicht mit ihnen macht und wie es ihnen dann im Grunde eigentlich in ihrer Zukunft geht. Ich bin mega gespannt. Es sieht für mich aus wie ein Einzelteiler. Es sieht jetzt nicht danach aus, wie wenn das einen zweiten oder dritten Teil haben wird. Das kann man natürlich vorher manchmal nicht wissen, aber es wirkt zumindest so, denn es wird ja auch im Januar oder Februar noch ein neues Buch von Jeffrey Archer geben. Triumph oder Fall, glaube ich irgendwie so. Was auch wieder ganz anders klingt, von daher auch nichts damit zu tun haben wird. Aber ich bin einfach neugierig. Ich hoffe, dass mich Jeffrey Archer mit Traumslebens wieder begeistern kann, wie er es mit der Clifton-Saga geschafft hat. Am 19. November erscheint ein historischer Roman, der sehr, sehr weit zurückgeht. Und zwar sind das die Frauen von Troja, Tochter des Sturms. Es ist wohl der Auftakt einer Reihe von Emily Hauser. Und hier bin ich, ich liebe Troja. Ich liebe Troja nicht, erst seitdem wir den nackten Po von Brad Pitt in der Verfilmung gesehen haben. Ganz im Gegenteil, die Verfilmung fand ich ja tatsächlich überhaupt nicht gut. Aber ich bin ein großer Troja- und Homer-Fan und ich mochte diese Legenden darüber, auch die, die daraus entstanden sind. Also, dass wir heute noch was von einem Achilles wissen, von einem Hector wissen und da einfach sehr viele Legenden, eine Kassandra kennen. All die kommen ja aus den Legenden von Troja, wo man eigentlich gar nicht weiß, ja, was hat es eigentlich mit Troja auf sich? Ist das eine Erfindung von Homer, der irgendwas so ein bisschen sich zusammengedacht hat oder hat das tatsächlich, ja, im Grunde stattgefunden? Und hier heißt es so schön, vor 3000 Jahren tobte ein Krieg, der die damalige Welt in ihren Grundfesten erschüttete. Der Trojanische Krieg hat viele Helden hervorgebracht. Hier erzählen die Frauen von Troja die Legende aus ihrer Sicht. Dies ist die Geschichte von Chryseis, der Tochter des Hohen Priesters von Troja und Chryseis, der Prinzessin von Pedasos. Chryseis und Chryseis, es wird mir den Namen schon sehr lustig werden, sind stolze junge Frauen, die ihr Leben genießen und sich leidenschaftlichen Lieben hingeben. Doch bei Ausbruch des Krieges werden sie entführt und müssen fortan ein Leben als Liebesklavinnen führen. Die mutigen Frauen ergeben sich jedoch nicht ihrem Schicksal, sondern kämpfen für ihre Freiheit und ihre Gefühle. Und es ist wohl jetzt schon bekannt, wann der zweite und dritte Teil erscheint. Es wird also wohl eine Trilogie werden, was ich ja immer ganz schön finde, wenn man eben sich darauf einstellen kann, dass es zumindest Teil 2 und 3 auch in den deutschen Buchhandel schafft. Ja, 3000 Jahre zurück, das ist schon sehr, sehr, sehr historisch. Ich bin sehr gespannt, wie das sprachlich aufgebaut sein wird, denn die Sprache damals war eben einfach eine andere. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Ich hoffe, es wird nicht in dieser Art Versform, wie es vom Meer gemacht hat. Weil ich glaube, dann macht Lesen gefühlt nicht ganz so viel Spaß, wie wenn man das schon ein bisschen in unsere heutige Zeit bringt. Aber es darf natürlich gerne so ein bisschen altgriechisch oder sowas wirken. Also es muss natürlich schon vom Setting spannend und interessant sein. Und ich kann mir gut aus vorstellen, dass wenn man eben immer nur diese männlichen Helden aus Troja kennt oder sich mit denen natürlich befasst, dass man natürlich vergessen hat, dass dahinter auch irgendwie Frauen eine Rolle spielten. Und Briseis kennt man ja zumindest aus den Filmen. Ich weiß gar nicht, ob die bei Homer wirklich so eine große Rolle gespielt hat. Da ist sie ja irgendwie die Cousine von Paris und Hector, wenn ich mich richtig erinnere, die Lieblingscousine. Kann das sein? Ich glaube, das müsste Briseis sein, die ja dann im Grunde von Achilles gefangen genommen wird, zumindest in der Verfilmung. Also Homer ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. So ganz genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, was da alles wirklich passierte zum Filmen. Aber gut. Ja, das nächste Buch ist dann für alle Game of Thrones Fans wohl das, worauf sie schon das ganze Jahr hinfiebern. Feuer und Blut. Das erste Buch. Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros, von George R. R. Martin. Ja, er schreibt nicht am sechsten Band von das Lied von Eis und Feuer weiter. Wozu auch? Da wartet ja gefühlt keiner drauf. Er setzt sich an ein neues Buch. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich es eigentlich total unverschämt finde, dass er uns mit einer neuen Geschichte, bevor er eigentlich die alte abschließt, irgendwie in der gleichen Welt sozusagen beglückt, sage ich mal, und mich so frage, was soll das eigentlich? Möchtest du nicht erst mal das eine zu Ende erzählen, bevor du die Vorgeschichte erzählst? Ich meine, so hat es ja Tolkien zumindest auch gemacht. Und ich weiß halt nicht, ob er sich irgendwie vor der Arbeit zum sechsten und siebten Band von das Lied von Eis und Feuer drückt und eben jetzt nur noch Geschichten schreibt, die gar nichts irgendwie damit zu tun haben. Ja, wir haben hier die Vorgeschichte und ja, wir befinden uns in Westeros und ja, es ist bestimmt mega spannend, die Targaryens besser kennenzulernen, auch wenn das nicht mein persönliches Lieblingshaus in irgendeiner Art und Weise ist. Aber es könnte vielleicht so manches ein bisschen in das Lied von Eis und Feuer erklären. Ich bin aber halt tatsächlich überhaupt kein Fan. Also meine Befürchtung ist, dass hier einfach Dinge erzählt werden, damit dann das Ende von das Lied von Eis und Feuer Sinn macht. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, dass man dann irgendwie, ja, und das ist irgendwie nicht so, was ich schön finde. Also ich hätte schon gerne das Ende und nicht, dass er das sich jetzt so zurechtschreibt. Also ich meine, auch Tolkien hat ja zum Beispiel den Hobbit angepasst, damit er besser zum Herrn der Ringe passt. Da muss ich auch ehrlich sagen, da dachte ich auch so, auch wenn man dann mal so liest, was da so ein bisschen verändert wurde. Ja, das macht alles Sinn und sind Kleinigkeiten, aber ich hoffe einfach, dass das George R. R. Martin nicht so in diesem Maße tut. Denn es heißt hier, wie alles begann, die packende Vorgeschichte und die Herrschaft des Königshauses Targaryen. Was für Tolkiens Fällen das Silmarillion ist, erscheint nun von George R. R. Martin. Die epische Vorgeschichte von das Lied von Eis und Feuer. Drei Jahrhunderte, bevor die Serie beginnt, eroberte Aegon Targaryen mit seinen Schwester, Gemahlinnen und ihrem Drei Drachen den Kontinent Westeros. 280 Jahre wehrt die Herrschaft seiner Nachkommen. Sie überstanden Rebellion und Bürgerkrieg, bis Robert Baratheon den Irrenkönig Eris den Zweiten vom Eisernen Thron stürzte. Dies ist die Geschichte des großen Hauses Targaryen, niedergeschrieben von Erzmaster Glydain, transkripiert von George R. R. Martin. Ja, das klingt natürlich auch wieder sehr nach Tolkien und auch das ist ein bisschen was, was mich hier so stört an diesem, sagen wir mal, Pressetext. Also, dass man ja auch, Tolkien hat immer behauptet, er hat das Rote Buch gefunden und hat es nur übersetzt aus dem Hoppischen, Elbischen, was auch immer und dass man jetzt hier im Grunde auch sagt, George R. R. Martin ist nur der Übersetzer, totaler Humbug. Also, ja, der Verkaufsschlager war schon mal, ich finde das Nachgemachte immer nicht so schön und deswegen bin ich hier so hin und her gerissen, obwohl mich natürlich die Targaryens schon interessieren würde um diese Vorgeschichte von Westeros, aber ich meine, wie spannend kann das eigentlich sein, wenn man weiß, was passiert? Also, ne, das ist immer so, wo ich denke, wir wissen ja, wie es ausgeht, dass Robert Baratheon da kommt und was mit den Targaryens los ist und, ja, wir laufen im Grunde auf ein, ja, natürlich ist dann wahrscheinlich der Weg, das Ziel und nicht, ja, aber gut, wir lassen uns da einfach mal überraschen. Dann kommt ein neues Buch von David Saphir und der hat mich ja mit seinen ersten zwei, drei Büchern mega begeistert, also mit Mises Karma, plötzlich Shakespeare und noch irgendeinem Buch und dann gibt es aber auch Bücher von ihm, die ich einfach absolute Katastrophe finde. Ich bin sehr gespannt, wie die Ballade von Max und Amelie sein wird, die am 27. November erscheint, denn es heißt so schön das große Abenteuer Liebe. Die einäugige Hündin Nabe kann sich nicht vorstellen, dass eine wie sie jemals geliebt werden könnte. Doch dann verirrt sich der sanfte Hund Max zu der Müllkippe, Müllkippe auf der Nabe lebt. Er erzählt ihr von seinem wunderschönen Zuhause bei den Menschen und der Hoffnung auf ein besseres Leben, begleitet Nabe den Fremden auf die gefährliche Heimreise. Unterwegs wird Max von Albträumen geplagt, in denen die beiden ein Liebespaar sind, aber von einem Menschen getötet werden. Aber sind es wirklich Albträume oder vielmehr Erinnerungen? Nabe wehrt sich anfangs dagegen, dass es ihr Schicksal sein soll, Max zu lieben. Doch kaum beginnt sie zaghaft an das Gute zu glauben, taucht der Mensch aus den Träumen auf. Und das klingt, also jetzt, wenn man vielleicht auch dieses Hund-und-Katz-Thema so ein bisschen Hund-und-Hund-Thema weglässt, klingt das doch irgendwie schon nach einer wahnsinnig emotionsvollen Geschichte, die eben so mit diesen Hunden wahrscheinlich und schon eine gewisse Metapher, vielleicht auch ein bisschen Humor bringen soll, aber die in den Tiefen wahrscheinlich schon ganz schön gefühlvoll sein kann. Und da ich ja sehr empfindlich bin, wenn es um Tiere geht, bin ich hier auch ganz schön kritisch, ob das was für mich ist. Und ja, aber ich glaube, David Saphir kann sowas erzählen. Er kann Emotionen schaffen, er kann Humor schaffen und der hat, so finde ich, das Gefühl, ja immer so das Händchen für diese gute Mischung und das erhoffe ich mir jetzt einfach auch bei der Ballade von Max und Annelie. Und das letzte Buch des Monats erscheint am 30. November und ist von Sarah J. Maas. Es ist Catwoman, Diebin von Gotham und gehört zu dieser DC-Reihe, wobei ich glaube, es gab auch einen Superman, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, die ja im letzten Jahr mit Wonder Woman startete. Eigentlich zwischendrin, ja, jetzt haben wir hier Blaulicht, eigentlich zwischendrin sollte noch von Mary Lou Batman erscheinen, das wurde jetzt verschoben auf, glaube ich, Februar und jetzt kommt eben Catwoman und wir haben hier ein Partygirl bei Nacht und Superdiebin bei Nacht. Selina Kyle war die jüngste und gefürchteste Straßendiebin von Gotham City, bis sie vor zwei Jahren verhaftet wurde. Nun kehrt sie unerkannt als mysteriöse Millionärstochter zurück, während sie tagsüber als Partygirl Holly den Männern, allen voran ihrem verteufelt attraktiven Nachbarn Luke Fox, den Kopf verdreht, plant sie des Nachts den größten Coop aller Zeiten. Doch dann droht ihr Gefahr von unerwarteter Seite. Ein maskierter Unbekannter ist fest entschlossen, Selinas illegalen Aktivitäten den Garaus zu machen und nimmt die Verfolgung auf. Ein faszinierendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt, was Selina nicht weiß, ihr Widersacher ist kein anderer als Luke Fox. Und ich frage mich gerade, ob Luke Fox der Sohn ist von dem Fox, der auch bei Batman im Grunde sich immer um die Erfindungen gekümmert hat, fände ich gerade sehr spannend. Ja, es wirkt natürlich schon sehr jugendlich. Es weiß auch nicht, wie diese ganze Liebesdrama-Geschichte sozusagen hier entstehen könnte, wenn gut gegen böse. Und beide merken dann, dass sie im Grunde, die mit den Masken sind, wie das so ausgehen können. Es sind ja sehr viele angetan von Sarah J. Maas Schreibstil. Ich habe ja bisher nur das Reich der Siebenhöfe den ersten Teil gelesen und fand es irgendwie ganz okay. Mich hat aber halt die Geschichte überhaupt nicht gepasst. Ich höre sehr viel Gutes über Throne of Glass, habe auch den ersten Teil hier. Von daher kann ich den Schreibstil von ihr nicht einschätzen. Dennoch bin ich eigentlich ein großer, großer Fan von Catwoman und mag eben einfach die Geschichte da drumherum, weil sie natürlich auch meistens irgendwie mit Batman zu tun hat. Aber Batman wird hier ja mit keinem Wort irgendwie erwähnt. Von daher glaube ich einfach, dass das eine eigenständige Geschichte ist, vielleicht auch in einer eigenständigen Welt. Und ja, ich bin da einfach sehr, sehr neugierig, was mich erwartet. Und nein, ich habe tatsächlich Wonder Woman noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Es ist irgendwie in meinem Subtran untergegangen und ist ja in der Buchmesse dann eigentlich auch bei mir oder zur Buchmesse in Leipzig bei mir eingezogen. Also liegt schon ein gutes halbes Jahr hier. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dann zuerst zu dem greife oder zuerst zu dem oder ja, wie das so ein bisschen sein wird. Ich bin da schon ein bisschen gespannt. Aber ja, keine Ahnung. Manchmal vergisst man einfach so seine Bücher auf dem Sub und ja, das ärgert einen so ein bisschen. Aber es lächelt mich hier jetzt so ein bisschen besser an, seitdem ich ausgesortiert habe und die Regale ein bisschen umgestellt habe. Und ja, das waren sie jetzt also. Meine spannenden Neuerscheinungen für den November ist doch eine ganze Menge zusammengekommen. Ich bin jetzt natürlich gespannt, ja, was interessiert euch? Welches der genannten Bücher findet ihr spannend? Mit was konnte ich euch sozusagen anfixen? Welche Bücher habt ihr vielleicht auf der Wunschliste und wollt uns andere und mich jetzt einfach mal anfixen? Dann einfach mal gerne damit ab in die Kommentare und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Bücher dann bei mir einziehen, wann sie einziehen, wann sie gelesen werden und wie ich sie dann auch finde. Und ja, freue mich da einfach drauf und natürlich auch auf eure Kommentare. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.